Und hier sehen wir die Steckensteife, Richte! Hey Richte! Hey! Aber guck mal her, ich trink Spezi. Oh, warum trinkst du Spezi? Weil ich den Edwan. Hast du gestern was gesoffen? Glaub nicht. Schau mir in die Augen, guck dir das mal an, wie klar das alles ist. Sowas für Ranzes gibt es nur auf www.eichelsbach.com